Ja, meine Damen und Herren, wir stehen heute vor einer wichtigen Beweisaufnahme hier im Untersuchungsausschuss. Präsident Schindler und Abteilungsleiter Pauland werden uns Rede und Antwort stehen. Aber vorab ist erneut zu sagen, wir müssen mit einem großen Verfahrenshindernis in diesem Untersuchungsausschuss kämpfen. Wir haben die wichtigste Unterlage zu dieser Vernehmung heute nicht zur Hand, die sogenannte Selektorenliste, also die Liste, die an Auskunft gibt, zu den Spezielen der NSE im Datenverarbeitungssystem des Bundesnachrichtendienstes. Und die Opposition ist eben gerade in der Beratungssitzung damit gescheitert, wenigstens eine Frist zu vereinbaren, bis wann wir eine Antwort der Bundesregierung auf die Frage erhalten, wie sie mit unserem zulässigen, abgestimmten und verfristeten Beweisantrag zu dieser Selektorenliste umgehen will. Wir wollten der Bundesregierung aufgeben, uns unverzüglich diese Unterlage, die wir für die Beweiserhebung ganz dringend brauchen, vorzulegen und wenn sie dies verweigert, uns wenigstens bis zum 01.06. dies in geeigneter Form schriftlich mitzuteilen. Dieser Antrag ist von der Mehrheit im Untersuchungsausschuss heute vertagt worden auf die nächste Beratungssitzung. Und das heißt für uns ganz klar, wir müssen jetzt mit einem Szenario rechnen, dass wir über Wochen hin in dieser Sache hingehalten werden. Die erste Auskunft von Herrn Altmaier in dieser Sache, es würde sich um wenige Tage handeln und dann das Versprechen der Kanzlerin, dass alles auf den Tisch gehört, des Untersuchungsausschusses sind inzwischen Makulatur. Wenn wir realistisch das einkalkulieren, wie wir eben die Situation eingeschätzt haben, dann können wir sogar die Sorge haben, dass wir noch nicht einmal vor der Sommerpause die entsprechenden Unterlagen, die uns als Untersuchungsausschuss zustehen, zu Gesicht bekommen. Sie wissen, Vorschläge, die im Raum stehen, einen Ermittlungsbeauftragten oder einen Sonderermittler. Damit zu betrauen, die Listen als Ersatz für die gewählten Mitglieder des Untersuchungsausschusses einzusehen, lehnen wir ab. Wir sind offen als Linke dafür, dass uns ein Ermittlungsbeauftragter unterstützt, wenn er kompetent und unabhängig ist. Aber wir sagen ganz klar, die Erwartung und Verpflichtung für diesen Untersuchungsausschuss selbst aufzuklären, werden wir nicht an einen Dritten delegieren. Und kein Dritter kann für uns die Bewertung dieser Listen vornehmen. Das ist originäre Aufgabe des Untersuchungsausschusses. Und noch kurz ein, zwei Sätze zu den heute anstehenden Fragen an Herrn Präsident Schindler. Wir haben ja gestern mit BND-Zeugen die Fragen der Selektoren durchdekliniert. Und eine ganz zentrale Frage ist natürlich, ab wann war dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes bekannt, dass unter den Spähtzielen der NSA Daten waren zu Unternehmen, deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen, ab wann war dem Präsidenten bekannt, dass Regierungsstellen von europäischen Nachbarn unter diesen Spionagezielen waren, dass es möglicherweise auch Angriffe gegenüber Persönlichkeiten, politischen Personen des öffentlichen Lebens auf europäischer Ebene gab und vieles mehr. Was ist daraufhin unternommen worden, um diese illegale Praxis der NSA auch zu beenden? Daneben werden natürlich alle die Dinge, und das will meine letzte Ausdruck sein, zu Rede kommen, die uns die ganzen letzten Wochen bewegt haben. Also der für uns verfassungswidrige Abgriff von Massendaten im Ausland durch den Bundesnachrichtendienst, absurde Konstruktionen, dass sogenannte Funktionsträger nicht unter G10-Schutz fallen, die Anfertigung von G10-Anordnungen, um darüber legendiert an Auslandsverkehre zu kommen, der Abgriff bei der Deutschen Telekom natürlich auch nochmal in der rückwärtigen Bewertung und die Frage, ob heute entsprechende Kabelansätze auch stattfinden. Also war ICONAL ein einmaliges Projekt oder gab es Nachfolge- und Kompensationsprojekte, Operationen mit der NSA, wo weiterhin wir davon ausgehen müssen, dass massenhaft auch die Daten deutscher Bürger und Bürgerinnen ausgespäht werden. Das werden wir gleich fragen und ich hoffe, das Großinteresse jetzt hier zeigt sich auch gleich dann in der Vernehmung. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein spannender Tag. Ich sage mal, im Hinblick auf unsere Zeugen interessiert uns vor allen Dingen, was wurde konkret unternommen im BND, im Bundeskanzleramt, als man misstrauisch hätte werden müssen gegenüber der Kooperation mit der NSA in den Jahren 2005, 2008 und allerspätestens nach den Veröffentlichungen Edward Snowdens 2013. Das Kanzleramt hatte die Fach- und Rechtsaufsicht über den BND. Es war mit Händen zu greifen, dass es massive Probleme gibt. Edward Snowden hat das schwarz auf weiß geliefert. Was wurde unternommen? Wer hat mit wem geredet? Wer hat für was Verantwortung übernommen? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute hier auseinandersetzen. Im Hinblick auf den Sonderermittler kann ich sagen, es gibt einen tollen Sonderermittler im Deutschen Bundestag. Das ist dieser Untersuchungsausschuss. Er leistet gute Arbeit und es geht gut voran. Und dieser Ablenkungsmanöver zur Gesichtswahrung eines Vizekanzlers oder zur Heiligenscheinbewahrung einer Bundeskanzlerin durch milde gestimmte Sonderermittler werden wir nicht mitmachen. Es geht um originäre Rechte des Parlaments und die lassen wir uns nicht abverhandeln. Zum Schluss zu den Listen. Es werden kurioserweise immer mehr. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir sie sehen wollen. Wir haben einen Beweisantrag gestellt. Das ist das geordnete Verfahren. Wir sind ein verfassungsrechtliches Gremium als Untersuchungsausschuss und haben das Recht, diese Beweismittel einzusehen. Und dass seit Wochen diese Listen uns vorenthalten werden und dem Ausschuss nicht vorgelegt werden, ist ein nicht hinzunehmender Zustand. Meinetwegen soll man konsultieren. Aber das muss eben auch irgendwann ein Ende haben. Und dass die Große Koalition hier mit den Stimmen der SPD, die noch mit dem Vizekanzler ganz vehement die Vorlage dieses Beweismittels für den Untersuchungsausschuss gefordert hat, heute unser Antrag für eine erneute Fristsetzung für das Bundeskanzleramt zur Vorlage dieser Listen hintertrieben hat, ist ein schlechtes Zeichen. Und ich befürchte, es läuft im Grunde wie beim Zeugen Snowden auf den St. Nimmerleins-Tag hinaus. Man versucht hier unser Aufklärungsverfahren zu sabotieren. Das werden wir uns so nicht gefallen. Meine Damen und Herren, zunächst einmal, ich begrüße es, dass wir heute mit allen Fraktionen im Untersuchungsausschuss ein gemeinsames Zeugenprogramm bis zur Sommerpause beschlossen haben. Ein Programm, das der Aufklärung dient und das vor allen Dingen an der bewährten Strategie unseres Untersuchungsausschusses festhält, dass wir nämlich von unten nach oben fragen, dass wir zunächst die operativ tätigen Mitarbeiter befragen, um dann auch die politisch Verantwortlichen mit Substanz und Vorhalt entsprechend befragen zu können. Wir haben uns heute auf ein solches Programm geeinigt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Programm auch noch vor der Sommerpause wesentliche Erkenntnisse in Bezug auf die Selektoren hier präsentieren können. Es verfestigt sich der Eindruck, dass beim Umgang mit amerikanischen Selektoren mit Suchbegriffen der NSA es erhebliche Probleme beim Bundesnachrichtendienst in der Vergangenheit gegeben hat. Das bedeutet auch, wir brauchen als Parlamentarier in einem geeigneten Verfahren Einsicht in diese Selektorenlisten. Das ist unabdingbar für unsere Aufklärungsarbeit. Es ist eine schwierige Entscheidung, die hier stattfindet beim Bundeskanzleramt. Der Ball liegt aber jetzt im Spielfeld des Bundeskanzleramtes. Und ich erwarte auch hier eine zügige Entscheidung. Es ist nämlich besonders schwierig, wenn wir unser Programm bis zur Sommerpause hier weiter absolvieren, die Zeugen befragen, Zeugen, die teilweise Einblick in diese Selektorenlisten hatten und wir diese Möglichkeit nicht haben. Da zählt also, das kann ich deutlich sagen, jeder Tag. Und insofern ist hier wirklich Druck im Kessel. Wir sind interessiert, an einer Lösung zu arbeiten. Es gibt nicht nur Hopp oder Topp, sondern es gibt verschiedene Verfahren, abgestufte Verfahren. Dazu zählt das sogenannte Trepto-Verfahren, ein Verfahren, bei dem nur die Obleute im Kanzleramt Einsicht nehmen können. Ich präferiere dieses Verfahren sehr stark, weil es ein sehr parlamentsnahes Verfahren ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, beispielsweise einen Ermittlungsbeauftragten zu benennen, durch das Parlament, durch den Untersuchungsausschuss und durch das Parlamentarische Kontrollgremium, eine Person, die das Vertrauen aller Fraktionen und aller Gremien genießt und die dann in einem ersten Schritt im Auftrag der Parlamentarier Einsicht nimmt und uns darüber informiert. Ich sage deswegen erster Schritt, weil mit so einem Verfahren je nach Ergebnis die Einsichtnahme nicht abgeschlossen sein muss. Sollte das Ergebnis eines Ermittlungsbeauftragten sein, dass das Risiko der Suchbegriffe, die Brisanz der Suchbegriffe über das beispielsweise hinausgeht, was wir derzeit vermuten, dann wäre es natürlich so, dass die Parlamentarier auch alle weiteren Schritte im Anschluss beschließen können. Mir persönlich ist daran gelegen, dass wir hier sehr schnell zu einer Lösung kommen, dass die massiven Vorwürfe, die im Raum stehen, bis hin zu einer Wirtschaftsspionage gegen deutsche Unternehmen, an denen sich der BND beteiligt hat, dass wir diese Vorwürfe klären können, bestenfalls, dass wir sie ausräumen können, weil es kein Zustand sein kann, dass diese Vorwürfe über Monate hinweg wabern und jeglicher Spekulation offen sind. Deswegen brauchen wir eine schnelle Klärung und die kann nur dadurch erfolgen, dass wir als Parlamentarier in einem solchen geeigneten Verfahren auch diese Klärung durchführen können. Ich habe bereits angesprochen, mein Eindruck ist, die Problematik der Selektoren kann durchaus auch in den nächsten Wochen immer größer werden. Es gab hier massive Probleme innerhalb des Bundesnachrichtendienstes, offensichtlich. Und das Ganze liegt daran, und das ist die Überzeugung der SPD-Fraktion, dass es keine rechtsstaatlichen klaren Rechtsgrundlagen für die Auslandsüberwachung, für die Überwachung von Routineverkehren gibt. Das sind unsere Hausaufgaben, die wir auch als Parlamentarier machen müssen. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Wir müssen sehr schnell dafür sorgen, dass dieser wesentliche Tätigkeitsbereich aus dem Graubereich herausgeholt wird, dass es hierfür rechtsstaatliche Grundlagen gibt, Standards gibt, und dass es auch hier eine Kontrolle durch parlamentarische Gremien, beispielsweise durch die G10-Kommission gibt. Es kann nicht sein, dass wesentliche Tätigkeitsbereiche des Bundesnachrichtendienstes weitestgehend kontrollfrei sind. Das hat dann solche Dinge zur Folge, wie wir sie derzeit hier im Untersuchungsausschuss erleben. Und das muss schnellstmöglich abgestellt werden. Und da werden wir als SPD-Fraktion auch entsprechend in den nächsten Wochen erheblichen Druck machen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, für die CDU-CSU-Arbeitsprobe im Ausschuss gibt es bei der Frage der Vorlage der Selektorenlisten nicht nur schwarz oder weiß. Wir sind gerne bereit, gemeinsam mit der Bundesregierung einen gangbaren Weg zu finden, um uns die Einsicht und eine Bewertung des Inhalts der Listen zu ermöglichen. Eine Möglichkeit ist zum einen das Treptow-Verfahren. Eine andere Möglichkeit wäre die Einsetzung eines Sonderermittlers, der stellvertretend Einsicht in die Listen erhält und uns dann berichten kann. Ich bin davon überzeugt, dass die Bundesregierung gemeinsam mit dem Parlament eine gute Lösung finden wird, die den Sicherheitsinteressen des Landes, aber natürlich auch unserem Aufklärungsinteresse gerecht werden wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir diese Lösung zeitnah bekommen werden. Wir als Untersuchungsausschuss sind Herrinnen des Verfahrens. Wir legen fest, wann wir uns mit welchem Thema befassen und welchen Zeugen wir hören. Wir haben uns nach aufkommender Vorwürfe bewusst dafür entschieden, direkt damit einzusteigen, Zeugen dazu zu befragen und Unterlagen zu sichten. Uns war klar, dass es ein laufender Prozess ist, dass die Untersuchungen andauern. Uns war auch klar, dass die Listen nicht direkt zur Verfügung stehen werden. Deswegen denke ich, kann man im Moment nicht den Vorwurf in den Raum stellen, dass die Arbeit dadurch verzögert wird. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, direkt mit der Aufklärungsarbeit zu beginnen, in dem Bewusstsein, dass es eben ein laufender Prozess ist. Gleichwohl sagen wir auch, dass es jetzt zügig auch eine Lösung geben muss, wie wir uns ein Bild von den Listen machen können. Wir haben heute einverdämmlich, und das finde ich sehr positiv, das Zeugenprogramm bis zur Sommerpause beschlossen. Und wir haben damit auch beschlossen, dass der jetzt gewohntes Innenminister dem Untersuchungsausschuss am 18.06. zur Verfügung stehen soll als Zeuge. Und damit werden wir unser Arbeitsprogramm weiter fortführen. Jetzt die Ebene auf der Fachaussicht und Kanzleramt hören und dann vor der Sommerpause noch zur politischen Ebene rüberkommen, die als Zeugen zu vernehmen. Was erwarten Sie jetzt von dem Zeugen Schindler heute? Wir werden dem Zeugen Schindler natürlich genau fragen, wie es sein kann, dass in seinem Hause zu einer Zeit, in wie es Notenveröffentlichungen aufgekommen sind, wo viele Fragen im Raum stehen, wie es da sein kann, dass in einer Unterabteilung selbstständig Prüfungen erfolgen von Selektorenlisten und dass über diese Vorgänge die Abteilungsleitung und die Hausspitze nicht informiert wird. Wir werden mit ihm da genau besprechen, wo Defizite auch in der organisatorischen Struktur des Hauses waren und wie man diese jetzt wirklich überhoben hat und begeben werden muss. von dem Zeugen Schindler und dem Zeugen Schindler zur Veränderung von Zeugen Schindler